Alpenblumengarten und bieten herrliche Farbakzente in einem atemberaubenden Alpenpanorama auf knapp 2000 Metern. Ein lehrreicher Pfad für alle Naturliebhaber, nicht zuletzt auch wegen zahlreicher botanischer Raritäten, deren Ansiedlung aus den Anden, dem Kaukasus, den Pyrenäen, ja sogar aus dem Himalaya gelang. Dies ist das Werk von Eva und Toni Hofer, die seit 1985 gemeinsam mit Prof. Dr. Herbert Reisiegel vom Botanischen Institut in Innsbruck mit dem Aufbau und der Pflege des floralen Parcours am Gipfel des Kitzbühler Horns betraut sind. Jahr für Jahr treibt die Wissenschaft hier wunderbare Blüten, die Sie von Frühling bis Herbst bei freiem Eintritt bestaunen können. Von A wie Aurikel bis Z wie zottiges Habichtskraut. Anschließend führt Sie der Wanderweg weiter zur Seilbahnstation Alpenhaus mit Gastronomiebetrieb und Aussicht auf das traumhafte Bergpanorama Kitzbühls. Tipp für Wissensturstige gibt es das Nachschlagewerk Führer durch den Alpenblumengarten am Kitzbühler Horn. Erhältlich bei Kitzbühltourismus im Informationsbüro.